Boah, ich krieg das Kotzen. So, weiter geht's. Neue Runde. Das Problem wird jetzt sein, sollte ich das jetzt schaffen. Aus irgendwelchen dummen Glückssachen, was ich nicht glaube. Ja. Dann spielst du mit Null Leveln. Ach ja. Ja. Dumm, 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 dumm. Warte, hier wird man wieder zurückgeschossen, ne? Ja. Das ist halt der geile Vorteil daran. Ja. Wie dumm kann ich nur sein. Das ist dann noch. Lutum. Da. Da, da, da. Nein. Oh. Nein, das war einfach. Zu früh. Dum, 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 dum. Und das ist der Nächste, der drauf geht. Ah. Und eindeutig nach einer Funky Station kommen. wenn du am speichern ist auch schon gut du kriegst doch nicht mein leben weil einfach zu wenig bananen unterwegs schon bei bananen angezeigt ja weil glaube ich die säule im weg ich muss ins erste level kommen da kannst du viele dinge ja er kann sich fünf leben oder so holen der sieben von alleine reingerannt irgendwas siehst du irgendwas passt mit dem controller nicht ernsthaft was das bringt die eh nix da ich als nächstes draufgehe klar mein leben ich kann auch gerade überlegen einfach zu sagen egal ich mache die beiden levelnummer fliegt dafür aber ins erste mich verraschen dummer frosch irgendwas was mit dem controller nicht ich glaube ich mache das gleich wenn ich jetzt gleich absterben dann starte ich da vorne ja ja manchmal lieber 67 level extra und kann die level noch mal so normal durchgehen man es ist nervig was ich dachte weiß dass fast gegen kaputt er stirbt und ich sterbe auch hallo ich mache das da oben dann gehe ich gleich zurück in die erste welt man kann so echt nicht rauslaufen nein es geht immer nur mit dem fliege mann jawohl du schläfst auch da kann ich ja laden aber den affen verliert nicht dann verlierst du auch nicht die mutter fliegen es gibt höhlen da sind welche da aber aber nö hier ist nix gerade naja schön gewesen ist aber nix ausnahmsweise nicht ne ja weil ich gucke oder wie ja wenn du guckst dann ist da sowieso nix da mhm du mich auch ich wollte auf die biene ja du wolltest nix wohin halt die fresse ich will dich nicht das erste level lassen und nicht die lohn quescht nochmal naja ich glaube die vergleichst du allein das erste level ähnlich dich ja nur du kannst mich mal mein gott das ist so nervig nimmst du wieder 33 minuten auf und sind noch kein stück weiter gekommen doch ich habe eine wir geschafft fail alarm fassalarm hier fassalarm 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 müsste ich mal so einblenden bei dieser kacke ja patsch weißt du ob das jetzt passiert 32 minuten nur dumm sind treiben dumm sind ja ich hab bei dem einen level schon viel zu viel leben verloren damals hast du vielleicht du meinst keine ahnung mehr was äh dieses fasstal da ja irgendwas war das vor allem ich bin ja nicht ganz alt mit Didi also nicht ja ja hab ich auch nicht so wirklich mitbekommen fällt euch ein hey frosch bleibt hier er ist weg bei über 9 wohl ihm auch cheater 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 hallo wer jetzt sitzt nicht drauf gekommen ja 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 du mich auch und der ist hier wieder da ja beide wieder da aber das ist so ein komisches laden ist deswegen jetzt ist er komplett weg tschüss ah die reifen sind die härte in dem ganzen spiel genau wie lohren lohren und reifen ruhig ich glaube ich müsste das parallel auf der auf der super nintendo spielen und bei dir und die fässer nein ich flieg daneben ich muss eigentlich so lange warten bis du eigentlich beim safe bist damit da du da oben sicher stehst dann kannst kann die eigentlich nichts passieren weil ich wollte ich will ja eigentlich auch von da starten und ich fliege dann wieder zurück ja wirst du das ja bringt nichts wenn ich damit ein zwei level darum kriege ich hier wieder und immer speichern wenn man kurz vom boss ist dann muss ja nicht alles machen noch mal vergisst man eigentlich man zieht dann durch und dann ja das stimmt immer jetzt ist das gemein wenn du bist vom ende und dann tötet ich jemand so eine biene das ist immer so ich hasse das mit den reifen erwarte mal durch laden noch habe ich doch ein leben ja sie frage soll ich jetzt das machen oder nicht laden noch habe ich doch leben kann doch einfach einen anderen selber noch machen ach ja jetzt kann ich eigentlich wenn du gleich abstürzt das hier noch mal das geht eigentlich geht ja ich wollte ich auch wieder sechs leben ich frage nicht warum ich das kann ich bekommen habe ja weil du zu früh gedrückt hast deswegen hallo was war das frechheit schlecht wie das kam haha egal die kurzen bräuchte manne kaum kein risiko hier ich glaub dir fehlt ein reifen und du bist abgestürzt glaub ich ernsthaft ja badmühle stein ich hätte auch nichts erstes level egal die zentos nur bestraft mit einem level ja ja das kann man mir ja nicht zumuten ja hätte ich jetzt zum beispiel gespeichert dann wären wir wärst du immer mit einem leben und wärst direkt gang over das heißt rein theoretisch ja dann immer nur ein versuch naja war ich nicht sicher, klar warst du das nein, das warst du bleib mit dir ein Selfie er ist ein Trutern warum bleib ich da eigentlich stehen weiß ich nicht, das hab ich mich ja gerade auch gefragt oh, das war ascha boah, ich hasse ich hasse, ey warum springt er nicht die ganze Zeit springt er, wenn ich drücke und eben wenn ich drücke, springt er nicht ja, dafür kann ich ja nix will er mich verarschen ja 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 ja